jetzt gerade in der Luft es muss einfach du weißt was das bedeutet du mit der Rakete auf die Mine jetzt doch ja klar ja das muss geben die gerade ein oder wird er er ist tot hier mal wieder die hellen des Tages bald wird auch gerade ein viel zu vielen bäumen verdammt wo denn auch sonst auf der Zugspitze wir haben einen neuen Gegner hallo sind Bäume davon beides und ich will genau mitten rein geil dann teste das ich habe gerade gezündet und nicht hingekommen dann waren es Flares ECM Jimmy hörst du ja nein weil meine Rakete wieder keinen Schaden gemacht hat das ist schön guck ich mal ob meine Raketen Schaden machen ich erwarte übrigens dass sie jetzt trifft weil ich nicht ich habe auch letztens getroffen jetzt bremst du schon mal nichts wieder dann töte so das ist gut wieder down warum macht meine Rakete manchmal keinen Schaden ich will halt nicht und außerdem ist das nur viel wenn du manchmal zwei Panzer mit einem Schuss tötest dann musst du ja manchmal gar nichts töten ach so was muss das sein dass das der ist da fährt ein Panzer raus ja aber da hinten nimmt auch jemand A ein das ist nicht viel skandalöser ja war das ja ist down wo ist der Panzer hin da drüben fährt er auf dem Highway HIGHWAY sag mal ich habe ihn weil der Jet mir drauf geschossen hat Hilfe Squad Beifahrer da waren drei Leute drin unsere Flatsch steht vor der Mine du hast ihn nicht oder? ich habe nur einen Wanderr 2 ja und die meine Gassung geht auch noch weg sicher ist sicher weißt du was wir dann machen wir töten einen Wald Boah Wald sterben oder er hat die Bedeutung für den Bekirchen stirb ne Wald sterben für nen Panzer wenn ich ne kommt schon gib mir die und ist ausgestiegen gefahr dass ich ihn nicht einmal treffe du hast ihn doch schon oder hilfe bei niederhaltung was ich jetzt mit den einzigen zwei Eisenpfeilern auf dieser Map machen werde das ist jetzt aber so BOOM allerdings waren... naja, ich grünen wir mal den Jet das ist ein hässlicher Fußgibler, so umfringen ja, wir sind hier noch ja, lass ihn schon, ich hab ihn Raven geht wer habt ihr Bäume? nein, das ist eine Mine, und ein Cheap wenn der Cheap ist das, ne? dahinter ist ein C4-Jeep, der ist viel gefährlicher Skawoom, da sind sogar zwei Leute drin was ist mit dem anderen unter uns? ne, der Jeep rennt aber der Typ nicht irgendwas schießt gerade auf uns, hören die das? stimmt was ganz gefährliches ich meine, wir haben zwei Chats, was kann da schon gefährliches in der Luft sein? oh, schöne Sache Klappe ich bitte dich was mag das denn hier? ist das irgendwo ne Flagg oder was? ich hoffe Kieb! äh, typisch die Mine das ist unsere Flagg ja, da ist die Flagg ja auch wenn ich mich magen darf und sie versch- ja, sie verschwindet hinterm Felsen wie sie das verdammt nochmal gehört ich glaub langsam, dass sie uns da im Chat jagen, ne? oh, das kann ich auch sagen und vielleicht sollt ihr nicht direkt drauf liegen deine, 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 deine und Flagg ist down und da vorne fährt ein Fußgib ja, der fährt der fährt bestimmt ich glaub, wenn wir auch in der Liebe sind was ist mit dem Jeep passiert? warum lebt der Jeep nicht mehr? Leute was habt ihr getan? die töten Jeeps so Peter, sie nehmen grad den Ball ein oder unser Typ macht auch Schießübungen er macht bestimmt nur Schießübungen bald stirb auf dem Highway ist der Panzer los äh, die Leute schießen uns hier von unter uns das heißt, wir sind jetzt da noch oh, das ist bestimmt gut Juhu sprich, die waren im Wald ne, die waren irgendwo hier wow jetzt seh ich niemand mehr außen rechts, dass es einen Fuß gibt der gar nicht von der Bump kann ha 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 der ist hier drin ist aber auch noch einer hä? na, cool, dann hab ich nicht gesehen Schallfall jaaaaaa stirb ha ha kein wenig übertrieben ein Meter Treffer ja auch nicht ist down was, da ist aber noch ein Fußgibbrett vor uns ja oder irgendwo das ist irgendwo noch ein Panzer der sich an uns vorbeigeschlechen hat wow er schießt mit seiner Pumpkin auf uns ha 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 eisendinger oh 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 bam so tief kann man also schon hinfliegen find ich gut eigentlich nicht hab's noch in der Rechte wieso ich hol mir jetzt den Jet da hinten ne der startet nämlich nicht jo ha hab ihn ich dachte er für den Tiefen ist ist auch schön Oh, da hinten ist eine Flagge. Schiebesgeschichte. Aber dass der Jet nicht startet... Das ist eigentlich ganz schön lustig. Und da ist ein Fahrzeug. Fahrzeug zerstört. Schöne Sachen. Oh, das ist die Flagge. Ich bin gerade im Highway ein. Und das ist... Okay, vielleicht sollte ich dich doch auf die Flagge liegen lassen. Warum hat der Jet versucht zu kommen? Weil wir in Gefahr sind. Stimmt, aber nicht. Wir sind eine verdammte Gefahr. Was down? Niemals. Und du bist vor mir, ne? Es ist wieder so. Ich mach die Gels und du kriegst die Scheißpunkte. Ich bin auch direkt auf die Flagge. Allerdings. Oh Gott. Alter, meine ganze Salbe hat getroffen, ne? Und da hinten ist ne Flagge. Irgendwas in der Richtung. Gib mir. Kannst du jetzt fliegen? Dann müssen wir nicht hier weg. Ja. Wissen sind die? Jo. So. Immer uns. Zweizeitig mit überm Wohnmahn, ne? Irgendwas verdammt cooles. Dann führte mal den Panzer. Hier schon wegrennen. Ja, das ist doch. Oh, also die Burgstatt wäre besitzt. Was denn so? Nimm die gerade die Bergspitze an, oder? Ich hoffe nicht. Wohu. 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 Und der Chat versucht uns zu ramm. Ey, ich jetzt. Der Jeep überlebt's. Der muss echt ausreichen. Der hat uns sowas rumgerammt, der Typ. Nur weil er das drauf hat. Der Typ haut ab. Ok, irgendwie haben wir nichts. Oh, zu uns haben wir den Fußgeber durch den Weg. Wir waren nämlich da vor dem Jeep, deswegen hat er ja potenziell noch... ...begleitung von. Ja. Und da war ein Baum. Weißt du, was es hier gibt? jetzt ist das ganze zu buch alles explodiert da steht da steht für den jet rum oder startet aber leider ja leider nicht mehr wenn ich lieber irgendwo ein sniper da ist ja ich hab jetzt ja so stelle ich mir das doch vor hier wird es jetzt zu gut ignorieren so viel dazu aus und die Roboter und er hat er befreit das ist einfach geil die öffentlichen Plattenbauten aus den 80ern irgendwie fehlen mir die Fahrzeuge und die nehmen schon wieder die Deckspitze an Warte ich aber nicht von wo. Ich tippe hier auf. Ich kann Fußgips töten! Du bist ziemlich abgefahren. Tankt mir das Teil schon wieder zurück oder bilde ich mir das ein? Soll hier irgendwo sein oder? Ich würde ja sagen flieg tief, aber nein. Flieg viel tiefer wird's nicht mehr. Nicht weil, dass wir gegen tanken, weißt du? Aber nein. Hat ihn sogar verrückte Sache. Kranker Scheiß. Da ist ne Flugg. Da ne, da ne, da ne. Da ist die Flugg. Die kannst du nicht von da ganz hinten marken, oder? Das ist der Flugg. Flugg is down. Das ist trotzdem ein Jett. Diese Jett, die sollten sie rauspatchen. Einfach für manche Spielvariation. Das wär... Die kam zu jedem. Ja. Ich wollte dafür. Helioli! Da wird bestimmt viele Fußgips drauf geben. Bestimmt. Ganz, ganz viele. Das will ich jetzt lernen. Warum hier noch Bäume stehen? Dürfen Sie das? Und warum wir diese Punkte nicht mitnehmen? Ja! Und das sind noch drei Fußgips in der Reihe von uns. Was werden die lernen? Wo die eigentlich wirklich sind? Die sind hier. Und ich hab viel mal vergessen, das kann die Sendung schon mal haben. Acht aber nichts, weil die auch so fuhren. Uuuuh, alter! Ja. Verangeblich sollten hier noch mehr Fußgips sein. Und wir haben die Teilstelle verloren. So, mein Lieblingsplatz. ... Ah, da! da ist er gerade hochgekommen ganz klar die mine doch guck dir die minen an guck dir den jet an typ ist ausgestiegen war flack oder panzer ab das war ein panzer glaube ich nein aber da war ein panzer noch das war ein jeep der auf uns schießt dann kannst du mir erklären was wir die ganze zeit machen tja mach ich mal das waren ja deine das war verdammt da aber das gute ist ich darf wieder reparieren ich repariere das ist mein job egal das hat vorher auch jahrhunderte gedauert in battle der welt company ich habe wieder einen job wenn wir gleich sehen ah unter uns ist tot das sind deine also gehe ich meine deckung ja oh sie haben funktioniert das ist in der tat ziemlich verrückt 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 vor allem ich habe diese anzeige nicht mehr normalerweise steht doch der flair ist bereit oder flair ist nicht bereit ja manchmal komm ganz drauf an oh da ist ein jet oder was ist das was er auf uns schießt das ist ein jet mit heatzieg äh ich habe den jet getroffen ne aber der hat der ist nicht explodiert oh wirklich wirklich ich hasse jets ich vor allem bin ich genau auf ihn ich habe es ich habe es ich habe ihn sogar getroffen aber nichts ist passiert ich habe ihn wirklich getroffen mit der rakete ich glaube dass deine rakete einfach 33% der fälle keinen schaden macht hab ich auch so das gefühl aber das war doch echt nervig komm schon ey ja aber ich habe ihn getroffen das ist das was mich nervt ich habe es auf video und ich werde es hochladen und werde mich beschweren viel spaß ich werde erstmal wahllos viele fußtortel überfahren und schon gibt es ein weniger toll mit seinem reicher und da fährt jemand ach das bist gar nicht du ach buch hab ich ne nein das hätte auch funktionieren können wir müssen eigentlich unsere chats fällen die die anderen trottel sich runter und fuck you motherfucker ach so bin ich der ich glaube das war eine Herausforderung B ist dabei die 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 Oh nein, er ist drin, was soll ich denn tun? Halt, ich hab die Idee. Er ist nicht mehr drin, schade. Wenn ich nämlich den Ding in die Musikbesser reingehe. Ich glaub die Idee ist down. Ja, der Jet ist down. Äh, unser Jet ist auf der Universität. Ja, hier niemand. Äh, so. Jo. Jetzt überfährt hier niemand anderes die Leute. Das ist halt jetzt regiert. Es ist als erstes so. Wo liegt diesen scheiß Jet hier hinten runter? Dann hab ich der Tron mit den Heat-Sieg gehabt, glaub ich. Ich glaub da will sich jemand hinter dich setzen. Hm, gut Spaß. Ja, jetzt würd ich nämlich überfahren. Ha, Kolettereih ist schade, würd ich mal sagen. Ja. Er fliegt lupig, wie süß. Da wird sie jetzt tot. So, und da hinten, ha, die Weib hat ja schon gestartet. Was für irgendwo. Tja, Oli, es kommt davon, dass du so nen Psalm-Namen hast. Hm. Mach die Leute aus unöffentlichen Gründen immer aggressiv. Toll, das ist ein 33-2, jetzt schon ein 33-1. Ich hab nur 16 verstanden. Komm schon! Ja, der Jedi ist da. Wir müssen nur neinhalb Stunden bis Stunde warten, bis er Respot ist. Na, unser Jedi war ja still da, also. Ja. Doch. Ich bin vor relativ lange im Kreis geflogen bis dann. Ja, ja, klar, da schon. Oh, ne. Wahrscheinlich steht da eh noch ein Panzer drin. Weil die Flak... Sonst irgendwas. Irgendwas. Da startet grad ein Jet. Ah, no, und fängst auch. Da steht übrigens ein Panzer in der Base. Das ist ziemlich cool. Könntest du jetzt endlich ne Kurve fliegen, damit ich dich umbringen kann, du Held. Oh Gott, der taubelt nur besoffen den durch die Gegner. Na, jetzt brennt er. Viel Spaß. Und... Ich bin nicht Spider-Jetten! Oh, doch. Ich bereise jetzt gleich der Jedi weg, oder? Unser Base raped! Ah, da steht einer am Jedi. Schon gesagt, das ist unser Base raped. Und da sitzt der der Viper. Oh ne, ach, der sitzt nicht. Da ist die Viper bald direkt. Ist unser Heli noch in der Luft, oder? Jaja, der fliegt überall. Fahrzeug zerstört, iha. Viper ist raus. Und alle von uns hat gerade ein Jet von ihnen geklaut. Dann brennt er und fliegt gegen ne Wand. Vollidiot. Nein, der hat's drauf. Okay, seh ich an. Warum dreh ich eigentlich von nem Fußgib ab, wenn ich Minen sehe? Weil Minen viel gefährlicher sind. Warum ist da einer hinter ihrem Heli und Bart sitzt? Ich glaub's ja. Vor allem lebt der noch. Und mit dem verdammten MG offenbar, während der neben der Flagg steht, ne? Ich hoffe mal, dass er nicht in die Flagg geht. Ja, er rennt gerade Richtung Flagg und ich hatte noch eine Rakete drin. MG... Da steht immer noch nebendran. Ne, so nicht. Oh Gott, war der anfang schlecht. Gott, war dieser anfang schlecht. Jetzt ist er da. Toll. Und er ist drin. Besetzt. Großartig. Und ich hab nen Chat anemier und bin auf 35%. Wo ist eigentlich unser Chat? Unser Hini meinst du? Nein, unser Chat. Keine Ahnung. Der fliegt. Über ihrer Base mit einem Hini und nem Chat im Kreis fliege. Also großartig glaub mir. Ich glaub der Helisam verliert das von allen Beteiligten. So, Jet ist down. Und da ist auch schon der nächste Jet. Jiiiihau. Mann macht's Spaß zur Zuschauer. Kann ich dir vorstellen. Alles nur, weil ich ne Abneigung gegen großen Helis habe. Hm, der ist sowieso gleich weg. Also pff. Da steht das der Dumme auf der Landebahn rum. Wenn man mich einfach mal 30 Schaden kriege unersichtlichen Grund. Und das verdient hast. Dann steht schon wieder neben mir. Und ich auf einmal getroffen werde und 28% habe. Oh. Also ich würde jetzt eigentlich gerne sterben, nur um zu wissen, was ich mich umgebracht habe. Aber wahrscheinlich steht dann da Pech. Okay, mal sehen, ob ich den Hidi erwische. Juhu. Nein. War aber knapp, oder? Unheimlich. Warum sind das so Leute eigentlich eigentlich so scharf auf Heli fliegen? Warum können sie es nicht? Das könnten wir sehen, auch schlimmer. Ja. Ja, da kommt ein Jet. Booter oder Booter? Je nachdem wie man es sieht. Natürlich hat er unseren Jet. Ja, er ist erst mal auf den Heli geflogen. Dann ist er ziemlich konzentriert. Hey, was macht denn die Heli? Dass er wieder loswerden. Dass er wieder loswerden. Dass er wieder loswerden. Dass er zwei ziemlich professionell betrifft. Und ich habe natürlich den Chat verpasst. Ja, großartig. Und wir brauchen Panzer. Ja, ich bin der Typ. Und wir irgendwas mit dem wir umbringen können. Natürlich. Und was wir sie nehmen denn umbringen müssen mit dem Panzer? So. Gegenfahren, wenn auch jetzt fliegt er. Und fliegt voll gegen den Mast. Und crash sich. Und. Na, der steht. Wenn ich schnell genug hinspringen, bevor der Typ ausgibt, wie man Positionen wechselt, kriegt er nicht in der andere Stadt wie er ein und fliegt, oder? Er sagt jetzt. Ich bin kurz davor zu sagen, wir fahren mit dem Jeep los. Das ist ein lebensmügel. Ich war da eigentlich. Ach Gott. Der kann doch nicht lange überleben, ey. Oh mein Gott, er ist ein Jeep und der wird ihn benutzen. Vor allem darfst du scheiße. Oh, okay. Lebt unser Hip-Hop noch? Ja. Oh je. Jetzt ist er down. Oder? So ist er ausgestiegen. Wenn sie jetzt nicht reparieren, dann ist er down. Oh, boll. Da stehst ein Jet auf uns. Komm her. Ich bin noch da. Ey, du bist falsch. Ich bin hier die Spondo hier. Ich sage, komm hier. Schön. Und wo soll ich hinkommen? Hast du? Oh ja. Manchmal bist du ziemlich geäuß. Nein. 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 Das brauche du scheiße. Dann haben wir großen Willi. Gut, dass ich das gerade alles aufnehmen. Dito. Ich habe den Ladebildschirm schon gut 10 Minuten. Ich habe doch einen Rocket Launcher. Ich habe ihn gemerkt, dass er Flares rausgehauen hat. Ohne meine Raketenopfer zu besuchen. So verdammt nochmal drauf. Und jetzt werden wir einen Healyflag noch gestimmt. Das kann gar nicht hier geben. Glauben ja. Ältere ist der Flag. Das ist der Flag. Das ist der Flag. Und der Flag ist auch natürlich auch da. Flag ist nur gehittet. Und man hat das er uns ignoriert. Und dann hat er gesagt, hier geht aber was geht. Das hat er hinterfacht. Ich mag Leute Flag. Ja, Sam. Wir haben einen... Oh. Brennt aber gleich, oder? Oh, okay. Den hast du gerade ziemlich zerlegt. Ich weiß noch nicht, warum ich gerade mitten über ihn geblieben bin. Aber... Flag ist down. Ja, den Tiff habe ich. Was war das denn? Wie habe ich das Gefühl, dass es ein Panzer ist? Ja, das ist ein Panzer. Echt? Schöne Sache. Ich bin gerade nicht einmal getroffen, ne? Das ist nicht beeindruckend. Bin ich... Ja. Und jetzt war er jetzt so. Typ lebt noch. Was? Jetzt ist er tot. Da weißt du, ist ein Jeep. Der Gras ist nicht wert. Und da schießen welche. Das heißt, es sind zwei Leute tot. Das heißt, es sind drei Leute drin gewesen. Boah. Wirklich jetzt. Und das Monster. Schöne Sache, dass wir direkt neben dem Panzer warten. Das ist doch nicht die Doppelreparatur, oder? Nein, in dem Fall habe ich glaube ich die jetzt die Doppelreparatur. Geh rein. Scheiß Jets. Kommt davon, dass man Helis ignoriert. Bam. Das heißt, ich finde es eigentlich auch ganz nett von ihm, dass er Helis ignoriert. Hm? Komm her, komm her, kleiner. Töte meine Raketen! Was? Ob sie das tun? Die brennt und ist down. Äh, der wurde gerade mit einem Panzer von seinem Fußgangs zerlegt. Und du triffst den Panzer. Und ich glaube, da ist eine Flagge nicht groß. Äh, das ist deine. Jo. Und das warnte, ne, die Viper? Ach, meine gibt's ja auch noch. Fuck. Hm. Geil. Viel zu viel in der Luft. Nicht nur mit der Luft, auch auf dem Boden. Und da kann ich halt einfach alles marken, ne? Hm. Du, du, wie du wie. Du lebst. Mit nem Jeep. Oh, ja. Du kannst den Panzer da entern. Oh, du überfährst alle Leute. Ja. Na, ich bin fast zu dir für Schätze. Aber normalerweise fliegen unsere Anschein irgendwo durch die Gegend. Wir können gar nichts. Wir fliegen aber beide. Wir müssen uns wieder einspielen. Langsam aber sicher. Einspielen auch wahrlose. Jep. Wir können allerdings auch mit dem HiBi den HiBi. Ich glaube, das hat so sehr wahrscheinlich. Wir müssen halt kurz base-fragen. Wir müssen da hinterher noch so dicht vor, ne? Und da ist der Hildes Board. Vorsicht, haben wir an den Hildes? Ja. Also ob ich die jetzt treffe. Als ob du sie überhaupt überfliegen könntest. Ja. Du hast ja. Ja, und die letzten 10 Meter waren blind. Und da sind übrigens tausend Fußgibs. Ich glaube, das ist ein verdammter Panzer. Das finde ich viel gefährlicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil er tot ist. Äh, beim Wald, der gar kein Wald mehr ist, waren... Das sind übrigens Minen. Keine Fußgibs. Da waren aber auch Fußgibs schon eingetürt. Oh, und diese Scheiß-Shats geht hier. Na ja, ne? Hallo, die haben's drauf. Ich meine, sie haben hier keine 2-Shats in der Luft, mit denen sie sich amüsieren können. Und dann haben sie keine 2-Shats in der Luft, mit denen sie sich amüsieren können. Ich bin eigentlich die Flak. Dann kann ich da nichts machen. Ich will nämlich eigentlich die Weiberknauze. Ich mag mal die Jet-Panzer, der auf uns schießt, der ich auch nicht machen darf. Hä? Zwei Panzer, korrigieren. Ah, viel zu flach. Und dann ist gerade ein Flak los. Und eventuell sollten wir hier weg. Und dann kommt natürlich noch ein Jet. Das ist lustig. Juhu. Hm. Okay, dann. Das ist die Flak. Okay, dann schön mal die Flak. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Wir müssen das echt üben, denn ich bin grad so sch... traf hier Leute unter uns. Los, die Leute, die uns machen und auf den Kopf der Jet. Wer auch noch trifft. Oder ist die Wahlkampf, wenn wir nicht ganz sicher. Deinem. Tata. Tata. Warum bin ich von so'n Feuer umgedrückt und wahrscheinlich war es der Heli. Geil. Na auf jeden Fall. Wir rocken! Der Heli die einfach nur scheiße wie die Zwei überdruckt. Die könnte sagen, was die weiter liegt, einfach besser. Hm. Weil wir am Anfang voll gerockt, ne, und dann gar nichts mehr. Warum machen dann auch unsere Chats, bitteschön? Sich von den anderen hier angelassen. Weil sie gar nichts gönnen. Rami. Verdammt, der ist zu schnell. Rami. Drift, drift. Und eh sch... Wenn wir raketen fliegen würden, wäre das extrem lustig, ne? Hä? Ja, ich hab' einmal nach hinten gelegt, weil wir vor dir stehen, ne? Oh, ja. Da hab' ich jeden Fall jetzt auch zerstört. Haha. Ich sag' nur Fallout. Flat out. Äh, da ist... Flat out. Und da ist jemand... Ah, du bist da. Ja, wer jemand bin ich. Ich tu' mal wieder sowas mit, könnte meine Raketen noch was. Denn das war eine Flagge. Oh, da ist doch... Oh, da ist doch... Die startet gerade. Du suchst ja aus. Beides nervig, beides muss getötet werden. Beides trifft mich. Ich hör' erstmal die Flagge. Ich jetzt die Seite hier mit der. So, Flagge sind jetzt erst mal down. Oh, die probiert uns. Können den in der Luft kapern. Oh ja. und jetzt erkläre ich will, es wird ja feindlich wow, kann denn der Jet auf einmal her oh, und das ist ein Fußgibs, jede Menge von ihnen oh, und das trifft natürlich gar nichts, wie sich das gehört du hast ein Fußgibs ich werde dem Kopf mit angeschossen, 50% echt jetzt? ja unser Panzer ja das ist ein Tier also ich weiß, wie weg hier na, das auch Doppelkill Juhu, du hast ein Doppelkill? dann nehme ich auch noch ein Kill aber, dass es immer noch irgendwo einen Fußgibs gibt oh, ist klar was auch immer das jetzt schon wieder war, ne? Stinger naja Ne Benociха mit ich hab kein nicht deswegen die Min mit besuchen es heißt ich stehe mit der Europäischen Betreiber auf mit gleichem Feuerlöscher mit durch komplett und die Meister die Erzlöschung Hallo das ist total toll Auf jeden Fall steht total drauf und du sitzt in meinem Fall im Lack, da kann dir das mehr schief gehen. Plus du wirst, dass du immer noch ein besser Spieler sind und du glaubst, dass du weiter fährst, hast du ja mitgeschnitten. Hm, cool, wenn du drin sitzt, hängst du auf einmal einer Platzbenzin-Kanisse dabei, gibst du das hast du als extra mitgenommen. Oh ja, extra Benzin! Das ist schon oft passiert, dass einfach mal Benzin ausgegangen ist. Klar! Wenn man fliegt eigentlich irgendwelche sinnlosen Manöver, die ich nicht erkenne, oder? Hm, das war so ganz nett, dass du wahllos Raketen in den Himmel spammst. Nur auf den Jet. Die fliegt trotzdem auf die Flares. Na, zurecht. Alles auf die Flares. Und da ist die Idee. Ah, das ist nicht so einfach. Was sind da Marken, da unten? Ja, irgendwie gerade schon. Davor nicht? Jetzt schon. Ah, jetzt hab ich ja die Z-M-Therren wieder dabei vergessen. Das heißt, wir müssen jetzt schon weg. Super Sache. Da steht jetzt ein Panzer im, im Wald. Ja, ich wollte eigentlich mit der Rakete schießen, aber... Ja, ich werde hier unten bleiben, bis ich wieder die Z-M-Therren habe, oder auch nicht? Wie langweilig ist. Das ist jetzt nicht da noch, weil ich noch habe, war gerade geworden. Das ist bloß nicht, wenn die Leute eine ganze Zeit Marken. Ja? Ich weiß nicht, was du da dagegen hast. Dann rumrollen, dass dieses Dinger jetzt zu scheiße ist. Ja, dieses Dinger ist scheiße. Oh, cool. Sie schießen einfach trotzdem. Jetzt elft schon immer ab. Verbraucht ihr jetzt schon? Er war wieder direkt vor uns, ne? Also ich glaube gegen Leute, die direkt vor uns... Man dachte, der Heli da. Ja, das fragt mich nicht. Wie der, wenn irgendwo hinter ihm fällt. Ernsthaft. Ich droppe jetzt nach vorne. Jetzt kann ich wieder einsteigen. Danke. Und da ist eine Flak! Jawohl! Und er nimmt schil durch! Das hab' ich einfach vermisst! Das hab' ich einfach vermisst! Oh, aber dann nimmt schil durch! ich bin durchgeflogen interessant ich bin durchgeflogen ich bin durchgeflogen ich bin durchgeflogen und ich bin durchgeflogen wo ist die flakten als erstes müssen diese mieten sterben was sie nicht machen auch was passiert keine Ahnung ganz ehrlich dann kriegst du auf Punkt die Bestellte bei Trieb die ich habe nicht den verletzten wo ist denn diese flak kann auch noch, ich habe einen Fußgibs getötet Alter, was ein Fußgibs rumkommt, ne? Da sind immer noch welche, ne? Welche? Tausende! Und dann fliegt er in uns rein! Jaaaa! Bitte schreib ihm das! Idiot! Ich kann mein Gefühl kein richtig auf, allein! So hingebe ich dir 10 Punkte! Prozent Prozent ich glaube ich auch nicht überdacht der Held war dabei Prozent das geht aber 52 6 24 5 so k und jetzt auf mit dem hand überfahren ich weiß es wird nun die andere richtung dann ist es auch wenn ich über das baut drücke und also die kannte das perfekte steigen gibt uns doch das ist eine Rakete und was er noch an Fußgips steht doch ist der Heli links davon musste ich auch Fußgips schießen deswegen ging es nicht und jetzt zündet der Flers und bei ihm punktet jetzt der beide fliegt raus nein der fängt sich und das tut es okay dann lass uns mal darauf die Gipfel aufräumen und das fliegt der Treppe aber gar keine dritte Zettel bei Flotten jetzt aus dem gut wir sollten es durch die zweite gleiche diese jet kommt 100 pro einmal wenn ich mit dem sonntag das ganze langweilig ist die kann man jetzt machen stimmt und wenn ich sie treffen würde weil die zündung und ich bin ich daneben ja sie ist auch ja wenn ich frontal drauf die geschulden ich drücke auch noch mal was hittet uns hier eigentlich das können die flachs in diesem jahr ausgerüstet ich bin zu schwach bin ich sagte ich muss trainieren wo mich ließ denn die nicht geschwindigkeit durch die pampere ja ist dauernd aber darauf zu fährt die gilt es ist echt wo sind die jetz die jetzungen gehalten ist gerade die tankstelle wird eingenommen wird immer noch auf unserem Panzer schießt lassen wir anfangen da steht noch immer noch stehen wir sind bald noch welche und ich glaube, da steht gerade ein Hedio auf uns, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, da steht ein Hedio auf uns. Warte, dass du irgendwann mal wieder trissen kannst. Ja, das ist vielleicht... Aber vielleicht nicht die... Okay. Doch, warum auch nicht? War ein ganz gerissen Mann über, ich hab kurz den Marker verletzt. Interessant. Der Link ist der Typ. Ich probiere dich einfach zu tun. Hab ihn. Ich hab ihn. Da unten ist noch einer noch. Oh, ich hab ihn einmal getet. Und da unten sind noch zwei. Kann man sich eigentlich nicht entscheiden. Und der, auf den ich kriege, steht natürlich gerade. Ja, sonst... Gehen wir bei Kill 91. Da ist noch einer in der Pumper da. Juhu. Das ist noch einer. Du Urlaub, Fußgames. Ich mein, das sind jetzt die ganzen Fußgames, die wir im Chat sehen, aber nicht töten können. Das Prinzip gewesen ist schon schön, du alt, Alter. Ja. Wir wirst es vielleicht mal Doppelkill. Und wir sollten anfangen, kurz. Wir haben schon weg. Die Verderber. Ich. Ich. Nichts wert. Warum steht, ne? Aber schließend steht total drauf. Ja. Ich hab den anderen nehmlich. Nemesis Ruben. Vielleicht ist ein Panzerflieg mal. Das Geld den Leuten mir jetzt ein bisschen helfen. Und wir auch nicht im Jagd gehen. Ja. Und auch da. Ja. Was klar noch. Doppelkill? Oh. Doppelkill? schon das wäre eine optische täuschen unser jet hat was drauf gehabt und das tod startet wieder ein jet und rammt uns das ist immer wieder schön ich mal alles kriegst du von mir zehn punkte obwohl du bist so und bist so wie man weg der ganze Punkt bekommen jetzt zumal 10 Punkte das sind nicht das ist die Gefahr aber ich will ja nur noch ein paar 5 niemand glaubt Lucky steht wenn wir nicht so auf sterben würden wäre der score schon episch in welcher hallo durch nur 30 also bitte jetzt auch wieder stark hier wurde also heute der direktor zu höchstert abdreht und dort ist es können wir aus dem fußkampf hütteln bitte aus dem platz weil die so gebettelt habe wie hegt also langsam wird es langsam wird es lächerlich fußkampf und hallo lieber Jett Prozent auf jeden Fall Lebensmühle ja da im Wald steht auch noch drei Fußgibster bis wir es mal aufpassen und auf der Städte bestimmt schon hier sehe ich irgendwie war der brennt und ist ausgestiegen warum fliegt ihm auch auf uns an ganz ehrlich wenn sie brennen der Freude das ist auch noch mal nicht besseres und da wird er man wird zu spät gezündet und es ist so tot und die Rakete geflogen ist das ist auch so wichtig gewünscht warum können die denn innerhalb von zwei Sekunden verschießen aber dass ich die Hedis nicht mehr trefft das ist schon irgendwie ein bisschen peinlich vor allem hatte ich ja mal halbwegs drauf und der brennt schon wirklich jetzt egal meine punkte nein Panzer und die ist immer noch am Leben die typen von so bloß ob ich an ja das ist die hau ab sie mag uns glaube ich wirklich einer weniger hast du den anderen ein ob ich nicht sie wieder mark auf und dann kommen wir auch schon wieder zurück oder da steht sind wirklich die und 10.000 andere wahrscheinlich und wenn du ein 60-Dienst gemacht hast ist das jetzt nicht so toll das ist eigentlich da unten auf dem Berg stehen und so ein bisschen hoch bitte bisschen hochziehen die mann salbe vergessen sind sowieso schon mal ausgestiegen um diesen Armfußgepläden zu jagen das ist noch einer drin noch einer drin unsere Freunde sind wieder hier 77 Euro läuft in der Karin auch im grünen Bereich muss ich auch sagen das sind doch die sind tot die sind tot das ist echt jetzt das steht für unser Typ das heißt wir müssen auch irgendwo böse Leute sein ja den nehmen wir noch mit und dann ist es wahrscheinlich unser Tod ich bin gar nichts getroffen weil die immer noch mit diesen Militzen wirklich jetzt was zur Hölle nennen wir das eine Flak oder lustiger Hidion da sind alle Teile was nicht so clever macht wenn ich drüber nachdenken wirklich jetzt wir alle sind wirklich alle Teile die nicht kaputt gehen die Hintos auf dem Hinten wie viel Glück kann man eigentlich haben ganz ehrlich ich merke es 337 das heißt du bist nur einmal der gestorben als ich du es war mich irgendwo hin Meister 65 0 0 0 0 ja der hat geilen Namen jeden Fall ein Grund warum ich ihn jetzt überfahren werde ich weiß nicht wie das passiert ist wenn wir ihn aus dem Spot raus ich kippe ihn aus dem Spot raus ich kippe ihn aus dem Spot raus du bist nicht ein Wünsch genau so wenig wie du oh prima als Pferde ich glaub die Nachricht war deutlich oder was ich glaube auch oh der kommt ja rettet den Dieb ja das bin ich der Grüne dann war ich ja schon im richtigen und da ist ein Hilly und du bist nicht dran ja der andere sitzt drin ja der ist bretter und hat einer B halt wo und der ist reingestiegen reparieren verdammt warum steht eigentlich eine Flagg die auf uns holt ich mag das der ist oh ja mit der verdamten Flagge er hätte wieder belebt Termin gelegt, pass auf! Ja, das ist in der Tat ziemlich gefährlich. Nein, stopp. Da hat mich so brennen gebraucht. Ich schaffe das trotzdem. Komm her! Okay, vielleicht ein bisschen utopisch. Ja, schöne Sache. Na, wieder schön. Ich weiß, warum du einmal mehr gestorben bist. Du wurdest wegen mir überfahren. Stimmt. Das war's. Und da steht die Rieser an der ältere Lounge wiederum. Schilde Sache. Ja, da ist er. Ich bin drin. Gegen die Mäste verflucht, das ist auf Russisch, habe ich das Gefühl. Minen links bei A, B, C, ich weiß es nicht. Da steht da ein Fußgib. Ich habe einsprengt, was da nicht. Ich auch. Sie fällt ein? Nein. Ich will doch nicht mehr als du. Ich habe zwei Fußgib. Dann vielleicht sollten wir auf sie schießen. Nur so eine Idee. Einen habe ich. Einen habe ich. Ja, das ist noch die Frage, wo ist Flak und Heli. Ja, ich habe einen Jet gefunden. Äh, auf der Zugspitze müssen wir weg, ne? Da steht tausend Gips. Tausend. Adios, die Prozente, das ist ein Treffler. Der mag dich nicht, meinst du? Ja, ich mag er wahrscheinlich. Hm. Ja, ich mag er. Ja, ich mag er. Ja, ich mag das. Ja. Ja, ich mag er.